Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Adventskalender. Jetzt sind wieder die alten Verdächtigen dabei, der Fabian, Kolo oder Gronio, Hendrik oder Glentorpe und der Tobi oder Arya Styrax. Ja, wir sind jetzt hier schon bei der Folge 9 und da bin ich mal gespannt, was im 9. Türchen versteckt ist. So, da haben wir erstmal ein Buch. Vorlesen, vorlesen, vorlesen. Voll episch. Scheiße. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's. Aus Versehen. Ich war zu blöd, um das Buch zu öffnen. Hat keiner gesehen. Okay, dann leh ich mal vor. Tausende Menschen, die zuschauen. Ja. Ähm, das wird eine eisige Angelegenheit. Bauer ein Iglu und Fische Fisch. Wow. Äh, viel Spaß bei dieser glitschig-rutschigen Erfahrung. Ähm, genau, so schreien können wie, hoffentlich bleibst du nicht stecken oder so. Gut, dann geht das doch nochmal nachher schreien. Okay, Leute, stellt euch mal, stellt euch mal hier auf. Wo sind die Materialien? Ich hab die, ich hab die. Stellt euch mal auf, dann verteid ich die. Ich hab eins schon. So, hier. Hier. Du kriegst raus noch eine. Gut, dann hab ich halt eben zwei. Er kostet uns mit Schnee zu. Böööö. Naja, lieber daraus als woanders. Ähm. Los, schmeiß die Fuffis durch den Club. Hier noch welche. Oh, danke für die Angel. Hendrik, holt Stückchen. Okay. Ja, das ist genug. Ich mach mal in Survival. Wie viel Schnee soll eigentlich jeder haben? Ein Stuck. So, wir bauen jetzt erstmal. Ich hab zwei mehr, egal. Egal, wir bauen jetzt erstmal ein Iglo, würde ich sagen. Ein Iglo? Nein, bitte nicht. Wenn du schon zur Survival, mach dein wenigstens add A. Ja. Achso, Fabian, ja. Immer der Fabian, ey. Mann. Ich setz meins, glaub ich, hier hin. Vergiss Folge 4, frisst die Karotte. Was kommt als nächstes? Tja. Das weiß wohl keiner so genau. Dann brauche ich mein Ziel. Wurst. Die weiß das. Ich wollte gerade sagen, die hast du nicht wirklich gewusst. Ach, sorry. Ey. Ja. Wieso stehlst du dich denn dahin, wo ich mein... Ach, jetzt wird... Ja, okay. Ja. Botschaft angekommen, Daniela. Freundschaft beendet. Was? Okay. 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 Gut. Na gut, wünsch nicht, ob das geht. Na gut, dann muss das halt so. Einfach nur Hendrik und Tobi. Sag jetzt nichts, weil ich das... Oh, Piggi. Echt asozial. Jep. Das nur, um ein paar Lacher in der Folge abzugreifen. Oh, nee. So. Doch. Folge, spreche ich die Folge. Ja, ne? Gerne. Lass mal noch irgendwas sagen. Irgendwas. Sagen. Ja, reicht. Gut. Ende der Audiospur. Man will ja auch niemanden überfordern hier, also... Genau. Nicht jeder Alpha-Kevin kommt so gut mit. Solche Wörter, ne? Er ist ja fast Jugendwort des Jahres geworden. Aber die wollten, äh, keine, äh, Leute, also keine Namen diskriminieren. Voll die Autos, Alter. Den hab ich von TV total geklaut. Ja, dann soll die mal hier drunter kommentieren, was sie davon halten. Hauptsache... es funktioniert. Ich brauch aber jetzt noch ein bisschen... Ich brauch noch ein paar... Ich brauch noch ein paar... Was brauchst du? Noch ein paar Flocken. Schnee. Ich brauch auch noch ein bisschen Schnee. Ne. Weil die Kiffe, Alter. Ah, Minecraft. No. 64. Schön. Jetzt hat jeder noch ein paar Flocken. Ich hab mich eh schon in Creative gesetzt, damit ich genug... Damit ich damit auskomme. Pff, dann ist das halt der einzige Spaß noch in Survival. Ne, ich bin auch noch... Im Survival. Du bist nicht der letzte, Spast. Der vorletzte. So, ich würd sagen, das ist jetzt okay. Gut, ich bin fertig. Ich nicht. Ich auch noch nicht. Ich baue noch meinen Vorgarten. Das wird dann aber wohl eher ein Eisgarten. Und dann stellst du da einen kleinen Edward rein. Snowden. Oh, nee. PS war ein Witz. Nein. Scheiße. Vielleicht soll ich nicht drauf gekommen. Aber ich baue einfach ein bisschen größer. Expansion. Ja, ja. Aber Explosion ist viel cooler. Kaboom. Sonst geht's ja ganz gut, Fabian, oder? Ja, ich dachte, ich baue jetzt nochmal was drumherum. Was ist denn mit dir falsch? Das ist mein Igloo-Bau. Es hieß Igloo, nicht Eis-Pis-Palas. Pislas. Was? Nee, ich reiß das mal wieder ab. Mir war langweilig. Und ich hatte keine gute Idee für den Vorgarten. Also du baust erst mal ein Vorhaus. Genau. Das, was ich bis jetzt gebaut habe, das Igloo, das ist ein Atrium. Hendrix sieht aus wie ein Igloo. Hendrix? Wo ist ein Hendrix? Ah, okay, das sieht wirklich sehr aus dem Igloo. Das war's in der Sache. Meinst du, ist auch ein bisschen rund? Meinst nicht, aber das ist mir jetzt auch nicht so schlimm. Doch, ist es. Das ist das von Hendrix? Das hier? Nee. Hier ist das von Daniela. Auch nicht schlecht. Dankeschön. Aber nicht über Schneeboden. Das muss ich noch austauschen. Ich will dich hier nicht widerschlagen, weil du mir im Weg umstehst beim Bauen. Ja, das war ja in der Dingsfolge mit dem Schneemannspiel und der Moorrübe, den jemand gegessen hat. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich würde gerne wissen, wer das gewesen ist. Ach ja, ich weiß es. Hm, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ähm. Frag nicht. Nee. Äh. Ähm. Ja, okay, ich tue, ich frage einfach nicht. Hä, was ist denn? Lol, da ist er sogar. Ja. Okay. Du, Spoiler. Das ist fast so wie mit dem wunderschönen, mit der Truhe, die nicht aufging. Ja. Ach, das waren noch Zeiten. Nein, das war das zweite Türchen. Oh, nee. Alter, du hast hier den ganzen... Ich sorge für mehr Schnee in der Landschaft. Ja, dann mach sie wenigstens gleichmäßig. Außer man kann das auch einfach... Moment mal. Oh, jetzt kommen die Command Skills? Ja, natürlich kommen jetzt die Command Skills. Aber da musst du erst mal was, äh... kurz einstellen. So, ich sorge mal für ein bisschen Wasser. Fürs Fischen. Und so. Oh. Voll der Command Skills. Echt, das könnte ich nicht. Hendrik. Wie hast du das geschafft? Schneeflocken sind so wunderschön. Schneeflockchen, Weißröckchen, wann kommst du geknallt? Ich spreng hier die Landschaft und mach alles kalt. Warum? LOL. Ach, du wolltest ja den Teich hierhin machen. Ja. Können ja nicht vollkommen mit der Optifine-Kamera so einen... Minifilm drehen. Könnte man. Ist mir da aufgefallen, weil ich damit grad die ganze Zeit so rumprobiere. Du sollst aufnehmen, verdammt. Ich soll auch nicht aufnehmen. Tobi fail, Klappe die erste. Ich weiß, wer ich noch seine Klappe halten darf, weil er verprügelt wird. Ach, Daniele, lass ich mich nicht immer verprügeln. Wir reden nicht von Daniele und auch nicht von Hendrik. Das freut mich. Nicht auch. Ich flieg mal so ein bisschen durch die Landschaft und zeig den Zuschauern, wie es bei Schnee so aussieht. Kalt. Mit... Das Wasser hier muss denn echt so richtig eklig kalt sein, oder? Alles muss ja richtig eklig kalt sein, finde ich. Moment mal. Wisst ihr, was jetzt hier noch fehlt? Jetzt kommt's. Ach. Nur Schneemänner. Was ist Schneemänner? Oh. Habt ihr das Gefühl, ihre Hälfte von denen rennt gleich ins Wasser. Mindestens. Die armen Dinger. Sollen wir jetzt fischen? Ja. Komm, ich will einen Eisfisch. Wer als erstes ein Fischstäbchen fängt, hat gewonnen. Okay. Ich glaube, man blockt los für Eis. So, kurz Shader raus. Shader sieht man schon, aber das ist ja den Haken gar nicht. Das ist dann der Haken an der Sache. Ja, ne? Wie sieht das aus, als würde der einfach so in der Luft hängen. Bei mir auch. Wer als erstes, äh... Wer als erstes, äh... Oh, da war einer. Ich hab einen. Oh, meine Nase ist einfach ein Stehbein, jetzt, was er gibt. Hallo, Roba, Kabeljau. Ich hab einen. Wer als erstes... Ich dachte, das wird schon mit Musik hinterlegt. Ja, und? Trotzdem, mir ist langweilig. Oh, da ist aber was. Oh, der friert aber schnell zu. Ach, schade. Zu viel des Guten. Daniele. Der macht hier Speed-Angling. Ja, Angling. Ja, ja, so heißt das. Alles klar. Fischers, äh, genau, wie... Fischers, Fritz, Fisch, Frische, Fisch. Genau. Ja, ähm... Wir kommen zurück. Nach einiger Zeit habe ich endlich... ...einen Lachs. Und mit dem Schlag ich jetzt erstmal... ...eis kaputt. Ähm... Ja, das war's auch schon von... ...der neunten Folge des Adventskalenders. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Schaut natürlich bei mir und, äh, den anderen vorbei. Die Links finden sich natürlich in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.